Leute, 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 ich grüße euch herzlich zu diesem Unboxing-Freitag und ich habe schon seit längerem ein Paket von Mikado vorliegen und ich wollte euch aber nicht direkt mit dem ganzen Mikado-Teckel bewerfen, weil wir hatten schon dieses richtig geile Unboxing von Mikado mit den Hechtködern und ich dachte mir, wir gehen ein bisschen zeitlicher in die Nähe so der Barschzeit und anzukommen, weil ich diesen Pack sind Barsch-Zanderköder drin oder vielleicht nur Barsch, wir werden sehen. Svenny ist mit dabei, UV ist auch mit dabei, Leute, und zack, 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 wir checken mal aus, was in diesem Paket drin ist. Ich hoffe, ich kann das einfach so aufmachen. Irgendwie kriege ich es auf, Leute. Ich sehe es schon kaum. Irgendwie kriege ich es auf. Hier fühlt sich das an. Zack, da. Svenny. Svenny macht wieder gute Arbeit. Svenny macht wieder gute Arbeit. Wenn ihr das seht, bin ich am Wasser. Es sind 9 Grad heute und ich hoffe, die Hechte haben richtig Bock, Leute. Und ich hoffe, die Hechte haben richtig Bock. Ich habe richtig Bock, meinen ersten Fisch 2024 zu fangen, dem es beim Ansitz nicht geklappt hat. Und wir schauen jetzt einfach mal. Alter, das Paket ist wieder pickepacke voll. Und das sind auf jeden Fall Barsch-Göder. Die sind auch richtig geil für Forelle, kann man die bestimmt gehen. Richtig nice für Forelle kann man die nehmen. Alter, aber da gehen wir gleich nochmal speziell drauf ein. Barsch, 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 Barsch. Und da kommen wir auch schon ein bisschen zu Zander. Zander, Zander würde ich sagen. Oder Großbarsch, Barsch, Barsch, Barsch. Ey, da ist wieder auch ordentlich was für euch mit dabei. Zieht euch das rein. Zieht euch das rein, Leute. Zieht euch das rein. Ist das schon fast Thumbnail? Ist das schon fast Thumbnail? Na, ich würde sagen, ich packe alles wieder rein. Und dann gucken wir uns die Dinge einfach mal an, Leute. Dann gucken wir uns die Dinge einfach mal an. Let's go. So, hier. Hiermit fangen wir an. Das sind die Perch. Das sind zum Beispiel Re-Perch vom Design, aber schon unterschiedlich. Alter, das sind wirklich unterschiedlich. Krass. Das ist der Re-Fish und das ist der Re-Fish-Perch. Gehen wir hier rein. Ihr seht, könnte es so ein Barsch-Design sein. Könnte aber auch so ein bisschen Stichling sein, finde ich. Bisschen Stichling, bisschen Barsch. 6,5 Zentimeter in einer Mixpackung. Ich finde, Leute lieben Mixpackungen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Liebt ihr Mixpackungen? Hier oben sehen wir nochmal, wenn wir das hier abmachen, die empfohlene Hakengröße. Ich mache das hier mal ab, Leute. Hier haben wir nämlich noch mehr Infos hier. Empfohlene Hakengröße. 1 bis 1,0. Sehr, sehr nice. Hier dran. Haben wir sonst noch Infos? Das typische Schimmern hier bei Mikado-Verpackungen. Finde ich cool, dass sie so ein Corporate-Design haben. Klar, Plastik. Aber Corporate-Design. Man sieht auf jeden Fall, hey, das ist Mikado, Leute. Das ist Mikado. Wenn wir da jetzt mal rüber gehen. Ganz leicht. Ja, das ist auch schwach gerade meine Lampe. Aber wir seht hier die UV-Aktivität an der Schwanz. Ein paar Triggerpunkte. Das orange ist auf jeden Fall hart UV-Aktiv. Relativ klein. Ist mit, ähm, ah, guck mal, kann ich leicht öffnen. Ist mit Shrimp. Oh ja, ist mit Shrimp geflavort. Könnt ihr den kleinen mal sehen. Den kleinen Bubi. Ja, ist ganz gut, ey. Schöner, schöner kleiner Köder. Für Forelle. Für Barsch. Besonders, wenn jetzt bald wieder die Leichtzeit war und die ganz vielen kleinen rauskommen. Perfekter Köder. Perfekter Köder, wenn der Kleinfisch da ist, der Brutfisch. Auch hier schöne Farben, ey. Hier so eine Art Galaxy mit den Flakes. Auch das Grüne mit den Flakes. Gar Motoröl. Ne, sehr, sehr nice. Dann haben wir hier ungefähr das ähnliche Design. Aber eher so in so einem, ja, in so einem normalen Friedwisch-Design. In so einem normalen Friedwisch-Design. Auch hier sehen wir wieder die UV-Aktivität mit den Triggerpunkten. Auch nice. Der ist sieben Zentimeter lang. Auch eine Mixpackung. Und ich finde sehr, sehr viele natürliche Farben dabei. Ne, sehr, sehr viele natürliche Farben dabei. Auch in Shrimp geflavort. Und auch hier wieder 1-1-0. Und auch hier kann man wieder sehr nice mit ihrer Lasche das Ganze aufmachen. Und wir nehmen einfach mal hier so einen raus. Zack. Da sehen wir den. Ja, kann man nicht meckern. Ist gut. Auch hier wieder schön für die Brutzeit. Auch am Dropshot bestimmt sehr geil zu führen. Na, sehr, sehr nice. Dieses Gelb ist auch, ähm, sieht man nicht so häufig. Ja, das Gelb. Sehr, sehr geil. Vielleicht auch besonders trübes Wasser oder schön Gold hier. Sehr cool. Dann haben wir hier. Der ist schon ein bisschen größer, glaube ich. 8,5 Zentimeter. Ein guter Around-Köder. Für Barsch als auch für, äh, Zander. 8,5 Zentimeter kann man überhaupt nicht meckern. In der, äh, ein Farbe. Und das ist der, äh, Roach. Sicario. 8,5 Zentimeter Roach. In auch so einer sehr, sehr natürlichen Farbe. Und die Triggerpunkte sind hier, denke ich mal auch, ganz klar gesetzt. An. Der Schwanzflosse und am Unterbauch mit den Triggerpunkten. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Wirklich. 8, 8, 8, 8 bis 10 Zentimeter. In der 10 Zentimeter nimmt man ja gerne schon auf, auf Zander komplett. Aber so ein 8 Zentimeter hatten wir ja zum Beispiel ja auch beim Invader. Eine extrem große, sehr, sehr gute Around-Größe. Wirklich. Ja, da schränkt man sich nicht mit ein bei der Fischart. Und, ähm, kann wirklich auf jeden Fisch gehen. Oh, dann haben wir hier, Leute. Da gehen wir jetzt noch einen Schritt größer. Und der hier. Jo, wir gehen erstmal den hier. Dann werden wir immer größer. Hier haben wir eine Mixpackung von der, ist das die hier? Das ist der hier, ne? Das ist der hier in groß. Das ist der PMRFR, der 10er Mix. Ja, Mann, das ist der große. Real Fish Roach, genau. Und, äh, die gleichen nochmal in größer. 10 Zentimeter, Leute. Und auch hier können wir nochmal auf die UV-Aktivität genauer eingehen. Sieht man hier sehr, sehr gut, wie die UV-Aktivität abgeht. 10 Zentimeter, ne? Sehr, sehr schöner Zanderköhler. Naja, ist auf jeden Fall schön geflavort. Zack, zack, zack. Die Augen sind aufgemalt, nicht aufgeklebt, Leute. Das sieht man hier. Man kriegt hier nicht ab. Die sind aufgemalt. Sehr, sehr cool. Keine aufgeklebten Augen. Cool. Das ist bei den Kleinen auch. Das teste ich jetzt gleich mal kurz. Das ist bei den Kleinen auch aufgemalt. Ist da auch aufgeklebt. Hier sieht aufgemalt aus, aber bei dem Orange zum Beispiel. Jo, alles aufgemalt. Augen aufgemalt, Leute. Sehr nice. Okay, das Gelb, zweimal sehr natürlich. Ne? Und dann natürlich so ein shocking bunt. Wo wir gerade bei shocking bunt sind, gehen wir nochmal eine Etage höher. Mit 10,5 Zentimetern. Hier haben wir übrigens die Hakengröße 3.0 bis 4.0 empfohlen. Und hier haben wir direkt schon für 4.0 empfohlen. 10,5 Zentimeter kann man auch schon auf Hecht durchs Wasser leiern. Und flankt ja bestimmt sehr schön. Zumindest am Schwanz. Und meine UV-Aktivität lässt hier. Aber hier sieht man das nochmal. Das grüne sehr, sehr schön UV-Aktiv mit dem orangenen Trigger-Punkten. I like. I like. Auch hier wieder shrimp geflavert 4.0. Nehme ich auch mal einen raus. Hier ist das Auge nicht aufgemalt, Leute. Ihr seht, das ist der größere. Das ist das Auge aufgeklebt. Aber auch da. So mit größer Gewalt kriegt man den nicht ab. Müsste ich... Ne. Könnte ich mit dem Fingernagel... Ja, wenn ich so richtig runterklemme und mit dem ausheble, dann ja. Aber sonst nicht. Sonst nicht. Elastizierte ist auch gut. Ja. Kann man nicht meckern. Ne. Einfaltbarkeit. Auch easy. Können wir nochmal hier so einfalten. So. So schlangenmäßig, ne. Sieht geil aus, ey. Schlangenmäßige Form. Schönes Grün. Ne. Besonders bei Zander. Die stehen ja richtig auf das Grün. Kann man nicht meckern. 10,5. Oh, dann haben wir hier ein paar... Auch schon wieder ganz andere Designs. Das ist hier dann der... Spark. Ne. Das ist der Dickbäucher sozusagen. Der Dickbäucher. Äh. Auch wieder 1-1,0. Mit einer Zentimeterlänge von 7 Zentimetern. Der Spark in einem klassischen glänzenden Design mit Flakes. Guckt sich das an. Schöne Flakies. Alter, er flakt richtig krass. Für klare Gewässer. Ultra sick, ey. Richtig nice. Hier oben haben wir auch nochmal so eine Hakenkerbe drinne. Und hier unten auch nochmal. Natürlich nur für euch das nochmal zu erwähnen. Der Schlitz. Ne. Für Offset-Haken. Natürlich sehr gut geeignet. Ne. Kann man da gut machen. Aber natürlich auch um seinen Booster da reinzukriegen. Oh, der ist richtig gut geflavort. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut, Leute. Der ist der dickbäuchige. Cool. Feier ich. Feier ich sehr. Der dickbäuchige. Und dann haben wir hier den Speedo. Mit so Riffles dran. Der ist Hackgröße 1-2. Ist 6,5 Zentimeter. Und. Boah, der ist hart geflavort, Alter. Boah. Krass. Er ist richtig ölig. Ich kann nicht so lange reißen. Aber er hält auch gut das aus trotzdem. Ne. Gut einfach mal. Aber hier mit den Riffles. Da kommt der Booster gut ran. Ne. Bleibt kleben. Sehr, sehr schön. Na so. Auch mal was ganz anderes. Augen für Dropshot auch mal ganz gut. Cool. Boah. Boah. Jetzt soll ich richtig über die Hände. Dann haben wir ein Design, was wir schon kennen. Neun an größer. Das ist nochmal der Real Roach. In 8,5 Zentimeter. In der Mixpackung, Leute. In der Mixpackung. Hackgröße 2-0 bis 3-0. Dann haben wir den Speedo. Nochmal in einer größeren Variante. In 9 Zentimeter. Für Hackgröße 4-0. In so einem schönen Grün. Das bestimmt auch UV-Aktiv ist. Oh ja. Auf jeden Fall. Sehr schön UV-Aktiv. Und dann haben wir nochmal den Dickbäucher. Auch nochmal hier. Der Spark. Diesmal mit UV-Triggerpunkten. Am Rot. Ich muss hier noch echt die Batterie wechseln. Und der hat 8,5 Zentimeter. Hakengröße 2-0 bis 3-0. Und der ist auch... Auf jeden Fall. Können wir mal rauszuholen, Leute. Guck dich diese Crazy Flakes an, die hier drin verbaut sind. Sehr nice. Gefällt mir gut. Hier ist ja noch... Hast du mal sehen? Das sieht mich jetzt gerade erst. Das Mikado M ins Gummi eingebaut. Hier haben wir noch so ein bisschen Riffels, was wahrscheinlich... Die Wirklichkeit, Leute, ist ganz gut hier. Dickbäucher. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut, Leute. Der ist doch nicht so ölig. Also am öligsten war auf jeden Fall der hier. Und dann haben wir noch zwei Stück. Eine super Mix-Packung vom ganz kleinen... vom ganz kleinen 5 Zentimeter, Leute. Guck dich das an. Das ist richtig krass. Was für ein Bach-Forelle zur Brutzeit. Und dann hier nochmal vom Stichling, vom Barsting, vom Perch-Design, den hatten wir noch gar nicht gesehen, glaube ich. So ein schönes Orange, oder der hier. So ein Motor-Oil-Mixer. Auch sehr nice. Gefällt mir auch sehr gut. Gehen wir nochmal da mit der UV-Lampe drauf. Ja, hinten oben die Flosse auf jeden Fall. Auch hier 300 bis 400 Haken-Empfehlungen. Geil. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Sehr, sehr natürlich. Wir holen mal den hier raus. Sehr orangeig. Cool. Das ist jetzt wieder aufgemalt. Aufgemaltes Auge. Ja, Mikado muss man einfach sagen, ey. Die gehen mit ihrem Design durch. Man erkennt die Marke. Da kann man überhaupt nicht meckern. Das ist nice. Gefällt mir. Gefällt mir. Leute, das war das Mikado-Paket mit Barsch- und Zanderködern, Leute. Zumindest in dieser Größe. Natürlich kann man auch Hechte damit fangen, ne. Ganz klar. Unten in der Infobeschreibung findet ihr alles über die ganzen Köder. Ich danke Mikado an dieser Stelle nochmal herzlich. Hat mich sehr gefreut, euch auch in Berlin treffen zu können. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall in der nächsten Angel-News was davon gewinnen. Freue ich mich schon drauf, euch da ein Paket zusammenzustellen. Und falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Samstag zu den Angel-News, würde ich sagen. Samstag zu den Angel-News. Lasst euch gut gehen. Falls ihr Wasser hat, dickes Beet drin ist. Das Allerwichtigste bleibt gesund. Euer IC. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.